Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Ich war nie auf einer Akademie. Was soll das heiß? Er ist himmlös, at you can't, er muss zur Verfügung stehen. Nein! Nein! Fuckin' Switch! Sofort! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Verrat! Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht? Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Was hat er daraus gemacht? Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscher ein! Das ist der schlimmste Verrat von all! Wir könnten jetzt keine Rücksitzung, sogenannte Zivilisten! Das ist der schlimmste Mann dafür einzusetzen! Das ist unsere Pflicht! Mit dem Angriff Steiner wird das alles in Ordnung kommen! Das ist ein Versager, das ist ein Schmerzen! Das ist ein Versager, das ist ein Schmerzen! Das ist ein Schmerzen! Ich war eine andere Weise! Ich war mal ein Dä utmost, dreides Ground. Ich mach洗 of meinen Schmerzen, touchdown! Did we... I didn't tell you. Die Vaga-Saufel, ihr habt ein Geilet-Blut!